Ich habe sieben der Kristalle. Gebt sie mir und ihr sollt einen Trupp meiner Männer erhalten. Nehmt. Gut. Die Leute erwarten euch vor der Stadt. Okay. Ein paar Meister-Assassinen, Schattenkling, sogar Havox kriegen wir. Auf mein Zeichen. Sofort. Mir nach. Auf meinen Befehl. Ja, zehn Leute. Das ist gut. Sogar Kriegsherren sind da runter. Meister-Assassinen und Havox. Und natürlich zwei Schattenklinge. Sofort! Schnell! Folgt mir! Und ja, Irrwische gibt es wirklich mit der Zeit immer wieder neue. Folgt mir! Oh ja, da... Vorsicht, Gegner! Auf der Seite hoch. Und ja, ich wollte eigentlich nicht, dass der Havox Mana gegen... Hier! Sofort! Mir nach! Folgt mir! Den da verschwendet gegen Irrwischen. Vorwärts! Kämpft, Männer! Oh, das Heldenmonument. Okay, das kommt schon mal sehr gerufen. Ja! 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 Vorwärts! Zur Ehre Aonius! Hier! Jetzt ist die Frage, wenn ich das jetzt einnehme... Scheint, dass in dem Kitar-Lager noch nichts aktiviert zu haben. Okay. Okay. Hier ist etwas Eisen. Hier ist etwas Eisen. Oh ja, das ist das kleine Hauptproblem. Die Havox sind jetzt zugesinn-nutzlos. Zu euren Diensten! Hm. Der Kadir hat die Erde und eine Steinbewegung. Hier! Mir nach! Kann er sonst noch was? Zersetzen. Oh. Mir nach! Vorwärts! Auf meinen Befehl! Schnell! Vorwärts! Vorwärts! Schließ die Reihen! Haltet durch, Männer! Auf meinen Befehl! Sofort! Und los! Mir nach! Großer Klingenweber, okay. Der ist ein bisschen stärker dann. Schlagt sie zurück! Feindlicher Angriff! Schließt die Reihen! Schließt die Reihen! Zu Befehl! Wird sofort ausgeführt! Haltet durch, Männer! Feindlicher Angriff! Schickt sie zum Seelenfluss! Lagt sie zurück! Zum Angriff! Sie sind überall! Haltet durch, Männer! Haltet durch, Männer! Schlagt sie zurück! Schlagt sie zurück! So, dreimal Heilung! Schlagt sie zurück! Ja! Folgt mir! Schnell! Okay! Oh, nächstes! Zum Angriff! Oh! Oh! Äh! Noch mehr Eis! Oh! Noch mehr Eis! Noch ein nächstes und ein Träumonument! Auf meinen Befehl! Auf meinen Befehl! Zur Ehre Aonius! Verstärkt die Deckung! Auf mein Zeichen! Also, wenn da sollte ich jetzt erstmal die beiden Nexus-Dinger weg... Auf mein Kommando! Also, die Nexus hier oben noch... Oh! Das ist sogar ein ziemlich großes Nexus-Zeugs hier... Verstärkt die Deckung! Schlagt sie zurück! Und dann sollte ich erstmal die Dunkel-Elf... Eine Dunkel-Elf mit denen aktivieren... Eine kleine Dunkel-Elf nach mir ausheben... Und die das Kita-Lager hier drüben vernichten... Echt... 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 ... und noch ein Level-Up... Bereit! Und los! Ihr habt immer noch keinen Spawner, das ist gut! Aber ihr habt hier schon ne ganze Menge Soldaten! Folgt mir! Aber ja hier ist auch der einzige Stein... Und los! Also muss ich erst mal euch ausschalten. Und los! Also ich seh hier bei denen halt keinen Stein mehr. Für die Freiheit! Und ja, ganz ehrlich, direkt neben der Dunkel-Elf-Basis, äh, der Eisernen-Basis. Feindlicher Angriff! Schlagt sie zurück! Rumhocken fände ich auch nicht gut. Oh, die beiden sind auch Schlagbruch. Auf meinen Befehl, zur Ehre Aronius! Zu euren Diensten! Schlagt sie zurück! Ach, nur nen Havok, okay. Zu Befehl! Achso, Steinbälle. Wird sofort ausgeführt! Nein, wer jetzt trifft einfach die Gegner, ob ich hab. Sie sind überall! Sie sind überall! Auf meinen Befehl! Auf meinen Kommando! Schnell! Auf meinen Zeichen! Sofort! Für den Orden! Schnell! 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 So, dann gucken wir mal noch nach da oben. Schnell! 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 Ja, und da sieht man schon wieder Teile des Hauptlagers, glaube ich. Also hier oben ist ein großes Lager von denen. Schnell! 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 Ich will nämlich herausfinden, kann man von hier aus irgendwo anders hin, außer zum Portal. Nein, ich kann nicht... Ich kann nur zu den schwarzen Türmen und das war's. Gut, das heißt, der Feind wird hauptsächlich von hier kommen, also werden wir hier eine Verteidigung errichten. Wir müssen uns dann erst um das Lager kümmern, damit wir hier sicher sind. Wir werden aber halt trotzdem hier wenigstens vier Türme hinpacken. Bei Aria kriegen wir hier genug, Stein kriegen wir sowieso genug. Also ich kann da einen Dunkelelfen und einen Trollsteinbruch hinmachen. Ich kann aber erstmal mit dunkler Öffnheit anfangen, weil Trolle halt wirklich lange brauchen, bis sie... ...bis ich sie oben habe, also bis ich genug Ressourcen für Trolle habe. Ja, aber ich würde sagen, da die Zeit gut passt, speichern wir hier an der Stelle und machen erstmal einen Cut. Und dann fangen wir mit in der nächsten Folge erst mit dem großen Basenport an. Also, bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020